Ah, herrliches Wetter. Ein wichtiger Zeitpunkt für eine Online-Weinprobe, würde ich sagen. Wir fangen an mit José Stronaut. Dann gehen wir auf den Sandestruck. Ein Müller-Tourraum mit der Drittelapfelsine. Little Bastard. Und zum Schluss den Steffensberg-Kabinett aus 2018. Ihr braucht unter anderem einen Flaschenöffner, um an diese Flaschen zu kommen. Jegliche andere kreative Idee, diese Flaschen zu öffnen, ist sehr willkommen. Und ihr braucht ein Glas. Am besten mit einem dünnen Rand. Profis können Salto nehmen, aber auch so ein Universalglas wie dieses ist hervorragend geeignet, um diese Probe zu frönen. Und wenn ihr euch noch ein bisschen vorher in Fahrt bringen wollt, empfehlen wir ein Bierchen. So ein kleines Bierchen, einfach so ein bisschen zum, ich sag mal, Mund frisch machen. Und wir trinken davon Jan Kempka ein leckeres Sour-Ale. Das ist schön frisch, ist ein Bier für Wein trinken, sag ich mal. Also, wir sehen uns dann am Freitag. Tschüss. 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 Vielen Dank.